Möchten Sie Geld vom Tirokonto überweisen? Das geht ganz einfach. Melden Sie sich in Ihrer Banking2go-App an und gehen Sie in Ihr Tirokonto. Hier kommen Sie direkt in die Überweisung. Tippen Sie jetzt den Empfänger ein oder wählen Sie eine der Optionen, um Ihre Rechnung zu scannen, abzufotografieren oder eine Ihrer Vorlagen zu nutzen. Geben Sie jetzt den Betrag ein und ob das Geld erst später oder öfter gezahlt werden soll. Jetzt können Sie noch den Verwendungszweck angeben. Und weiter geht's. Nochmal alles prüfen, freigeben und schon ist das Geld gesendet.